Musik So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt. Und heute haben wir ein weiteres Programm, ja Wahlprogramm-Interview. Neben mir sitzt Madeleine Hempfling, einer der beiden Spitzenkandidaten von Bündnis 90 Die Grünen für die Thüringer Landtagswahl am 1. September. Und heute geht es natürlich dabei um die Programmatik, mit denen die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, überzeugen wollen. Mal zuerst vorab, mal vorweg, Bündnis 90 Die Grünen, benennen Sie das eigentlich noch? Oder wird die Grünen vorrangig beschrieben? Nee, für uns ist das Bündnis 90 schon noch ziemlich wichtig, weil viele Menschen hier in Thüringen, die bei uns engagiert sind, genau aus dieser, ja auch der Bürgerrechtsbewegung der DDR kommen, aus der friedlichen Revolution. Und deswegen bestehen wir schon sehr darauf, dass wenn wir dann es abkürzen, von den Bündnis Grünen zu sprechen. Aber natürlich benutzen viele Leute einfach das Grüne, aber wir achten darauf, dass das Bündnis 90 auch vorkommt. Läuft ja der Thüringer Landtagswahlkampf ein Stück weit relativ ruhig an, da in den Ferienzaten. Wie ist der Einstieg bei Ihnen gelungen? Na, also für mich war es jetzt nicht so wahnsinnig ruhig die letzten Wochen. Also an Urlaub war eigentlich nicht zu denken. Es gab ein paar Tage, die vielleicht ein bisschen weniger stressig waren, aber es ist schon hinter den Kulissen, vielleicht noch nicht in der Öffentlichkeit, haben wir natürlich auch viele Dinge zu erledigen, bevor wir dann in die heiße Wahlkampfphase starten. Also es ist schon anstrengend. Ja, das glaube ich Ihnen gern. Und natürlich sorgen die Umfragewerte, die aktuell natürlich auch nicht viel großen Rückenwind machen, Ihnen die drei Prozent, die da vorausgesagt werden, aktuell. Es ist ja nur eine Umfrage. Vier Prozent sind es. Vier Prozent. Für uns als Bündnisgrüne in Thüringen ist die Landtagswahl immer auch eine Existenzwahl. Wir müssen immer ein bisschen gucken, dass wir tatsächlich dafür sorgen, wieder im Thüringer Landtag zu landen. Das ist jetzt nichts Neues. Bei den letzten Wahlen lagen wir bei acht Prozent in den Umfragen und sind bei 5,2 am Ende gelandet. Ich glaube, das Wichtige für die Bürgerinnen und Bürger ist tatsächlich zu wissen, dass es wichtig ist, dass wir im Thüringer Landtag sitzen. Nicht nur, weil wir bestimmte Themen abdecken, die keine andere Partei so abdeckt wie wir, aber eben auch, um die AfD beispielsweise klein zu halten, ist es enorm wichtig, dass wir als kleine Partei auch im Thüringer Landtag sitzen. Bleiben wir mal bei dem Thema Wahlkampfthemen. Wir können natürlich jetzt nicht das gesamte Wahlkampfprogramm hoch und runter sprechen, aber ich würde Ihnen ganz gerne mal die Bitte, beziehungsweise würde Sie bitten, mir mal fünf wesentliche Wahlkampfthemen, auf die Sie Wert legen, zu nennen. Ich glaube, das wichtigste Wahlkampfthema bei Bündnis 90 Die Grünen ist das Thema Klima- und Umweltschutz. Das ist unser Kernthema. Das ist auch das, wofür wir in den letzten zehn Jahren hier in der Landesregierung immer stark gekämpft haben. Wir wollen einen sozial gerechten Klimaschutz in Thüringen umsetzen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wenn wir die Klimakrise nicht auch hier vor Ort tatsächlich lösen, wenn wir Klimaanpassungen vornehmen, es uns als Menschen vor allen Dingen auch schlechter geht. Deswegen haben wir auch auf unserem Wahlplakat stehen, Klimaschutz ist Menschenschutz, weil es im Kern darum geht, Menschen zu schützen vor Hitze, vor Hochwasser, vor Unwetter. Das ist, glaube ich, das wichtigste Thema, mit dem wir in den Wahlkampf gehen. Wir streiten aber genauso gut für gerechte Bildung. Wir wollen, dass Kinder möglichst lange gemeinsam lernen und dass sie tatsächlich die Chance haben, egal woher sie kommen, egal wie viel ihre Eltern verdienen, die gute, möglichst beste Bildung, die sie bekommen können, auch tatsächlich zu bekommen. Wichtiges Thema. Unter dem Klimaschutzthema liegen für uns zwei sehr, sehr wichtige Themen. Für Thüringen ist einmal das Thema Energiewende. Also wie schaffen wir unabhängige Energieversorgung regional vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam? Und das andere ist das Thema Verkehrswende. Also wie schaffen wir es, dass Menschen tatsächlich mobil sein können, von A nach B kommen, ohne beispielsweise auf das eigene Auto angewiesen zu sein? Das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Also Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld im Portemonnaie haben, die aber trotzdem ländlich wohnen, brauchen einen guten öffentlichen Personennahverkehr. Wir kommen gleich darauf zurück. Nennen Sie doch mal die drei Wartepunkte. Klimapolitik und Bildung haben Sie schon genannt. Genau. Verkehrs- und Energiewende gehört da auch mit dazu. Für uns ist es wichtig, für Demokratie einzustehen. Wir sehen ja gerade in Thüringen wie in einem Brennglas, was passiert, wenn extremrechte, faschistische Parteien oder populistische Parteien ja große Umfragewerte momentan bekommen und dadurch natürlich auch Demokratie gefährden. Wir setzen uns dafür ein, dass wehrhafte Demokratie tatsächlich nicht nur eine Phrase ist, sondern wir die auch wirklich leben. Wir haben eins unserer Plakate, das sich mit den Hebammen beschäftigt, weil wir auch da für gute Geburtshilfe sorgen wollen. Das steht natürlich auch ein bisschen symbolisch für eine gute Gesundheitsversorgung in ganz Thüringen. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zuletzt geht es uns natürlich vor allen Dingen um einen guten Umwelt-, Natur- und Tierschutz. Auch das Thema Tierschutz ist etwas, was wir als Bündnis 90 die Grünen immer sehr wichtig finden. Da geht es natürlich einerseits um die Frage von sogenannten Nutztieren, also die Frage, wie viel Raum haben Tiere in der Tierhaltung. Aber es geht natürlich auch um die Frage von, wie schützen wir andere Tiere, wildlebende Tiere. Wie schützen wir aber auch Haustiere davor, beispielsweise entsorgt zu werden, was wir ja ganz häufig erleben. Menschen schaffen sich ein Tier an und können da nicht mehr dafür sorgen. Das sind für uns die wesentlichen und wichtigsten Punkte, mit denen wir auch den Bürgerinnen und Bürgern in Thüringen ein Angebot machen. Dann ist es natürlich auch so, dass das Thema Klimapolitik natürlich ein globales Thema ist. Und es viele Orte auch Skepsis gibt, dass man sagt, kann man da im kleinen Rahmen tatsächlich was bewegen. Die Grünen sagen natürlich immer, ja genau da muss man anfangen. Was würden sie denn in Thüringen ändern wollen, wenn sie erfolgreich Politik machen können? In dem Bereich des Klimaschutzes? Im Bereich des Klimaschutzes. Sie haben es ja schon angesprochen, wenn immer alle sagen, da können wir ja gar nichts machen, dann geht halt niemand los und dann macht auch niemand was. Und es stimmt ja auch nicht, dass niemand was macht. Auch in anderen Ländern ist da viel in Bewegung. Wir glauben, dass Klimaschutz, so wie wir ihn uns vorstellen, also tatsächlich erneuerbare Energien, bürgernah, nur von unten geht. Nur wenn die Leute tatsächlich von unten auch mitmachen. Was ich möchte, ist, dass wir erneuerbare Energien zu 100 Prozent in Thüringen haben, die wir regional erzeugen, dass wir darüber eine Unabhängigkeit schaffen, sowohl was zum Beispiel die Unabhängigkeit von ausländischem Gas angeht, aber eben auch im demokratischen Sinne Unabhängigkeit schaffen von Autokraten. Wir sehen das ja gerade in der Diskussion um den Ukraine-Krieg mit Putin. Wie viele Abhängigkeiten wir von schwierigen Diktatoren oder Autokraten haben. Und auch das ist für mich ein wichtiger Aspekt, dass wir in unserer Grundversorgung, also in unserer Grundversorgung mit Strom, mit Energie unabhängig sind und dass uns niemand einfach so den Hahn abdrehen kann. Wie kann das passieren? Das kann passieren, indem wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Wir sind auch auf einem guten Weg. Wir haben bei den Solaranlagen beispielsweise dreimal mehr in den letzten Jahren aufgestellt, als wir tatsächlich uns vorgenommen haben. Das ist sehr gut. Wir sind aber zum Beispiel bei der Windenergie noch nicht gut. Da gab es jetzt wieder Genehmigungsverfahren. Das läuft gut an. Da merken wir aber, dass es da noch vor Ort viele Diskussionen gibt. Wir wollen die Leute gerne mitnehmen. Deswegen haben wir das Windenergiebeteiligungsgesetz auf den Weg gebracht, wo wir die Kommunen vor Ort an den Windanlagen beteiligen und sie das für ihren Haushalt auch nutzen können. Also davon zum Beispiel den Kinderspielplatz, das Schwimmbad etc. pp. bezahlen können. Und wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort noch viel stärker an diesen erneuerbaren Energien beteiligt werden, dass sie auch tatsächlich vor Ort eine Wertschöpfungskette dadurch bekommen. Das ist unser Ziel. Und ich glaube, dann ist das auch zu schaffen. Und natürlich müssen alle ein bisschen mitmachen. Jeder, der sich eine Solaranlage auf sein Dach macht oder der ein Balkonkraftwerk sich anbaut, kann an der Energiewende mittun. Und das ist ja das Gute eigentlich an dieser erneuerbaren Energie, dass jeder die Chance hat, daran teilzuhaben. Im Gegensatz übrigens zu Kohlekraft- oder Atomkraftwerken. Aber wie kann die Regierung das, wenn sie in der Regierung beteiligt werden, denn dann positiv beeinflussen? Naja, wir beeinflussen das ja schon positiv, beispielsweise durch das Windenergiebeteiligungsgesetz. Wir können die Genehmigungsfragen einfacher machen. Das wird ja auch von Bundesebene teilweise jetzt schon gemacht. Die Balkonkraftwerke beispielsweise ist viel einfacher geworden. Die Beteiligung vor Ort kann man natürlich auch noch deutlich besser machen. Wir brauchen am Ende aber auch zusätzliches Geld. Das müssen wir natürlich auch sagen. Diese Transformationsfrage, Energiewende, wird uns erst mal Geld kosten, wird aber auf lange Sicht dann dafür sorgen, dass wir eben eine stabile Stromversorgung, Energieversorgung haben, die dann auch deutlich günstiger für die Menschen sein wird und vor allen Dingen sicherer sein wird. Ich stelle das Thema Geld mal ganz kurz zurück. Darauf kommen wir ja auch in anderer Hinsicht nochmal zu sprechen, weil wir bleiben mal bei Energie- bzw. auch Verkehrswende. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Der ÖPNV ist ja regelmäßig im Gespräch. Das Deutschland-Ticket hat sich als großer Erfolg herausgestellt. Aber die Frage bleibt natürlich, Sie haben es vorhin gesagt, eine Gerechtigkeitsfrage. Denn auf dem Land erreichbar sind logischerweise viele Kommunen nicht regelmäßig. Und es scheint auch schwer denkbar, dass das gelingen kann. Denn alles ist ja auch mit finanziellem Aufwand verbunden. Wie wollen die Grünen hier Bewegung reinbringen? Wir schlagen ja den sogenannten Thüringen-Takt vor. Das heißt, wir schlagen vor, dass jede Stunde man in einer bestimmten Zeit, nämlich von 5.30 Uhr bis 22 Uhr auch wegkommt. Dann zum Beispiel zum nächsten Knotenpunkt, zum nächsten Bahnhof. Das lehnt sich an, auch den Takt, den es auch schon in der Schweiz gibt. Und das ist jetzt schon nicht utopisch, so etwas umzusetzen. Und ja, auch das wird natürlich zusätzliches Geld kosten. Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen von der Vorstellung verabschieden. Wir reden ja nicht davon, dass überall so ein riesengroßer Bus immer fahren muss. Es wird natürlich Kommunen geben, in denen weniger Menschen leben, wo vielleicht auch ein Kleinbus reicht. Oder indem man beispielsweise auch mit Teilautostrukturen zum Beispiel zurechtkommt. Oder mit einem Bürgerbus. Wichtig ist sozusagen, dass es eine gute Anbindung an den restlichen ÖPNV gibt, damit man tatsächlich auch wirklich dann weiterkommt in eine größere Stadt von seinem Dorf. Und ja, das wird Geld kosten. Dafür müssen wir Investitionen vornehmen. Aber genau das ist ja die Gerechtigkeitsfrage, die dahinter steht. Die letzten Jahre haben wir ja auch viel Geld in die Hand genommen, um Straßen zu bauen. Wir haben ein gut ausgebautes Straßennetz in Thüringen. Und ich glaube, jetzt ist es wichtig, nicht nur aus Klimaschutzfragen heraus, sondern auch aus Gerechtigkeitsfragen heraus, dass wir eben die öffentliche Infrastruktur auch im Bahn- und Busbereich tatsächlich ausbauen. Dazu gehört aber auch, dass wir darüber sprechen müssen, wie die Strukturen vor Ort sind. Wir haben ganz viele kleine Busunternehmen vor Ort. Das machen die Kreise teilweise noch selber. Das muss tatsächlich auch besser werden, besser miteinander verzahnt werden. Denn das Deutschland-Ticket ist ja finanziell ein großer Gewinn. Aber es ist vor allen Dingen auch, weil es so einfach ist, ganz großartig, dass man sich eben nicht mehr Gedanken darüber machen muss, in welchem Tarif bin ich denn jetzt hier in XYZ unterwegs. Das ist ja auch ein ganz großer Komfort, den man damit hat. Also ich finde, das ist für mich zum Beispiel total super. Ich kann halt einfach in Erfurt in die Bahn steigen oder eben in Gotha, egal wo ich bin, und muss nicht darüber nachdenken, habe ich jetzt den richtigen Tarif, habe ich das richtige Ticket gelöst. Und da müssen wir hinkommen, dass sozusagen ÖPNV einfach funktioniert, dass Menschen sich eben nicht erst einlesen müssen, damit sie das Tarifsystem verstehen. Und dann ist es eben wichtig, die anzubinden, die jetzt noch nicht angebunden sind, und denen jetzt das Deutschland-Ticket vielleicht in dem Maße einfach noch nichts nützt. Aber auch hier haben Sie gesagt, natürlich müssen wir Investitionen in die Hand nehmen. Wir kommen darauf nochmal zurück. Auch hier wollen wir mal die Gelddiskussion ein bisschen zurückstellen. Dann kommen wir zum Thema Bildung. Nun ist die Leistungsbilanz, je nachdem, welche Partei sie aus den letzten Jahren herausnimmt, natürlich völlig unterschiedlich in den Beurteilungen. Ich muss, bevor wir über das Thema für die Zukunft reden, auch nochmal fragen, wie der Blick zurück ausfällt auf die Ergebnisse der rot-rot-grünen Landesregierung in dieser Hinsicht. Sind Sie zufrieden? Nein, die Frage ist immer, wann ist man zufrieden? Ich glaube, wir haben in der ersten Legislaturperiode, als wir noch eine Mehrheit hatten, sehr, sehr viele Bereiche im Bildungsbereich wieder gerade gezogen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Wir sind gestartet 2014. Da waren wir noch dabei, dass wir Lehrerinnen und Lehrerstellen abgebaut haben. Das haben wir gestoppt. Wir haben also auch ganz gezielt geschaut, wie können wir wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Wir haben da auch entsprechend die Haushaltsvoraussetzungen geschaffen. Das ist etwas, was eine CDU-geführte Regierung jahrelang versäumt hat. Eigentlich etwas, was man hätte machen müssen, viel früher anfangen müssen. Man weiß ja ungefähr, wie viele Kinder da sind. Das war auch ein großer Kraftakt. Wir haben viele Anpassungen vorgenommen im Schulbereich. Es gab dort viele Investitionen, auch von Seiten der Rot-Rot-Grün-Landesregierung. Wir haben so viele Lehrerinnen und Lehrer eingestellt wie zuvor niemals. Von daher würde ich schon sagen, dass wir da sehr viel tatsächlich gemacht haben. Man muss natürlich auch sehen, dass bestimmte Dinge auch Zeit brauchen. Die Frage von, die Lehrerinnen und Lehrer müssen ausgebildet werden. Nur weil ich jetzt beschließe, dass ich mehr Lehrerinnen und Lehrer einstelle, heißt das nicht, dass ich zwei Wochen später die auch da habe. Das sind natürlich auch Zeitläufe, die wir da berücksichtigen müssen. Da reden wir eben nicht von ein paar Monaten, sondern da reden wir von einigen Jahren. Das sind natürlich Sachen, die wir nur bedingt beeinflussen konnten. Aber wir haben jetzt auch mit den Quereinsteigerinnen beispielsweise viel gemacht. Und das Problem des Fachkräftemangels im pädagogischen Bereich ist ja kein Thüringer Phänomen, sondern es ist ein deutschlandweites Phänomen. Und da kann man jetzt sich sehr darüber aufregen. Ich glaube, wenn es Rot-Rot-Grün nicht gegeben hätte und wir da nicht gegengesteuert hätten, auch schon vor zehn Jahren, dann sähe es hier noch viel finsterer aus. Und wir hätten deutlich mehr Probleme, als wir jetzt tatsächlich auf dem Tisch liegen haben. Und es ist aber nach wie vor so, dass schon einige Probleme noch auf dem Tisch liegen. Klar, auf jeden Fall. Was wollen Sie ändern bzw. noch optimieren, wie auch immer man es sieht? Eins unserer wichtigsten Ziele ist, ein inklusives Schulsystem zu haben. Das heißt, aufzuhören, Kinder frühzeitig zu separieren und zu sagen, du gehst mal aufs Gymnasium, du gehst auf die Regelschule. Momentan entscheiden wir das in Klasse vier. Das ergibt aus meiner Sicht auch pädagogisch keinen Sinn. Kinder entwickeln sich unterschiedlich schnell und unterschiedlich stark. Das heißt, ein großes Ziel ist es tatsächlich, das längere gemeinsame Lernen als die Regel anzunehmen. Dafür brauchen wir natürlich andere Strukturen. Es kann natürlich nicht sein, dass in inklusiven Schulsystemen vorne nur eine Lehrerin oder ein Lehrer steht. Wir brauchen da also multiprofessionelle Teams. Wir brauchen da auch Unterstützung von anderen Professionen. Und Schule muss sich sozusagen dahingehend verändern, eben dieses Inklusive auch tatsächlich im Personal abbilden zu können. Ich würde mir auch wünschen, dass wir stärker darüber diskutieren, wie können wir denn, es gibt ja immer große Aufreger, wenn es darum geht, die Schulen auch im ländlichen Raum zu erhalten. Es gibt natürlich ein paar pädagogische Vorgaben, wie klein eine Schule sein sollte. Es gibt da einfach Untergrenzen. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir stärker über diese Kooperationsmodelle sprechen, also dass wir kleine Schulstandorte auch wirklich gut erhalten können, indem sie beispielsweise mit einer größeren Schule kooperieren, sich da auch Verwaltungsaufwand im Ernstfall teilen. Und das ist eigentlich der Kern unserer Politik, genau dieses inklusive Schulsystem zu schaffen. Das hat auch sicherlich sein Gutes mit Blick auf das Personal, weil wir das vielleicht auch dann gezielter und sinnvoller einsetzen können. Das ist aber noch ein langer Weg, den wir da gehen müssen. Und das ist aber auch eine sehr schwierige Auseinandersetzung, weil beispielsweise die CDU sehr an diesem gegliederten, trennenden Schulsystem festhält. Und das in der Minderheitsregierung natürlich immer eine große Diskussion war, wie weit wir da aufeinander zugehen können. Aber auch das, was Sie als Punkte genannt haben, bedarf durchaus finanzieller Unterstützung, besser gesagt Investitionen. Inwieweit ist das denn, wir fassen jetzt mal mal ein kurzes Präg an dieser Stelle und gehen mal ganz kurz zur Haushalt und Finanzpolitik. Es ist ja allgemein bekannt, dass der zukünftige Thüringer Haushalt durchaus mit einer Unterdeckung rechnen muss. Es gibt verschiedene Schätzungen, die gehen von 800 Millionen bis 1,2 Milliarden. Darüber kann man natürlich immer diskutieren. Das heißt aber auch, im zukünftigen Haushalt stand jetzt, ist gar nicht genügend Geld da. Was heißt das für die Prioritäten beim Haushalt machen, wenn Sie sagen, man muss solche Sachen auch finanziell unterlegen? Naja, man muss halt ehrlicherweise sagen, dass in den letzten Jahren vor Rot-Rot-Grün viele Investitionen einfach nicht gemacht worden sind. Und das staut sich natürlich. Wir haben einen massiven Investitionsstau, das merken auch die Kommunen. Den Kommunen geht es zwar finanziell deutlich besser als noch vor zehn Jahren. Und wir haben auch sukzessive in Thüringen unter Rot-Rot-Grün mehr Geld an die Kommunen geleitet. Wir haben auch einige Dinge übernommen, beispielsweise die Theater- und Orchesterfinanzierung wird zu großen Teilen mittlerweile vom Land gestemmt. Nichtsdestotrotz fehlen den Kommunen sozusagen die großen Brocken an Geld, um eben in diese großen Veränderungsprozesse zu investieren. Über kurz oder lang werden wir über eine Diskussion über das Thema Schulden und Schuldenbremse nicht drumherum kommen. Wobei ich das Wort schon schwierig finde, weil es geht ja nicht darum, irgendwie fröhlich Schulden zu machen, um in den Urlaub zu fahren, sondern es geht ja darum, die Infrastruktur zu ertüchtigen und darauf vorzubereiten, dass sie sich tatsächlich auch so verändern kann, wie sich das die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen wünschen. Das heißt, es ist eigentlich momentan eine Investitionsbremse, die wir an dieser Stelle haben. Und wenn wir da weiterkommen wollen mit diesen Veränderungsprozessen, müssen wir tatsächlich die Schuldenbremse oder wie ich gerne sage, Investitionsbremse bearbeiten. Es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Und im Prinzip sind sich auch eigentlich alle einig, dass so, wie das jetzt aufgestellt ist, wir damit nicht wirklich gut arbeiten können. Das wird ein Kern auch der Auseinandersetzung sein, beispielsweise bei Koalitionsbildung nach dem 1. September. Wie positioniert man sich finanzpolitisch, haushaltspolitisch an dieser Stelle? Und welche Investitionen will man eben auch beispielsweise über die Aufnahme von Krediten finanzieren? Weil wir werden da nicht drumherum kommen, wenn wir die Veränderungsprozesse ernst nehmen, dann müssen wir das Geld in die Hand nehmen. Wenn wir marode Schulen, wenn wir marode Straßen und Infrastruktur sanieren wollen, dann wird das aus einem laufenden Haushalt nicht zu stemmen sein. Das ist auf jeden Fall ein wahres Wort. Und abhängig davon muss man natürlich auch im Haushalt umschichten, oder? Gibt es da Bereiche, wo in denen Sie sagen, hm? Naja, was wollen Sie denn im Bildungsbereich groß umschichten beispielsweise? Der Bildungsbereich ist vor allen Dingen sehr personalintensiv. Also da haben wir nicht viel Beinfreiheit in den Finanzen. Jetzt sagen immer Leute, ja, wir sollen mal dieses ganze Drumherum abbauen. Aber dieses Drumherum, viele AfD und Co. reden dann ja von beispielsweise Demokratiebildung, wo ich so denke, ich weiß nicht, ob ich es jetzt in diesen Zeiten unwichtig finde, Demokratiebildung zu betreiben. Und wenn Sie selbst, gehen wir mal davon aus, Sie würden sagen, wir machen keine Demokratiebildung mehr, was ich ein bisschen Harakiri fände, würden Sie da bei Weitem nicht die Beträge rausholen, die tatsächlich dieses Problem lösen. Und das gilt in ganz vielen Bereichen. Klar kann man immer versuchen, irgendwo noch was einzusparen. Mein Gefühl ist nur, wir kommen da nicht auf einen grünen Zweig. Bei dem Investitionsstoff, von dem wir reden, selbst, ich sag mal, konservative Wissenschaftlerinnen, Wirtschaftswissenschaftlerinnen sprechen ja momentan von, auf Bundesebene von mehreren hundert Milliarden Euro pro Jahr, die man bräuchte, um diese ganzen Transformationsprozesse auf den Weg zu bringen, das schwitzen Sie aus keinem bestehenden Haushalt in der Bundesrepublik raus. Also nicht sinnvoll. Und dementsprechend müssen wir darüber reden, dass wir zusätzliches Geld in die Hand nehmen müssen. Das wird über reguläre Haushalte und über, wir verschieben mal was von A nach B, wird es nicht funktionieren. Und auch beispielsweise das Thema Digitalisierung werden wir nicht einfach so mit einem Schnips hinbekommen, sondern auch für eine gute Digitalisierung müssen wir an vielen Stellen investieren. Also die Argumentation anderer Parteien, dass man den Haushalt ein Stück weit einschmelzen muss und wieder auf ein gerades Ergebnis zu kommen, das ist Märchenerzählerei ein Stück weit? Ich bin jetzt schon dafür zu sagen, eine gute Haushaltsführung ist wichtig. Die Frage ist, ist eine gute Haushaltsführung einfach nur zu sagen, ich versuche so viel Geld wie möglich einzusparen. Das kann man machen. Dann schiebt man aber natürlich bestimmte Investitionen und die Ertüchtigung bestimmter Infrastrukturen auf die lange Bank. Das sieht dann erstmal schön aus und man hat eine schöne schwarze Null und kann sich auf die Schulter klopfen und hat gesagt, da haben wir aber gut gewirtschaftet. Ich fürchte nur einfach, dass das nicht die Zeiten sind. Also entweder wir sagen, wir befinden uns in krassen Umbruchszeiten, dann müssen wir auch anerkennen, dass dieser Umbruch Geld kostet. Auch der Fachkräftemangel wird uns Geld kosten, wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir Leute hier zu uns bekommen, werden wir dafür investieren müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht gerecht ist, nachfolgenden Generationen eine Infrastruktur zu hinterlassen, die sie vor noch viel größere Herausforderungen stellt. Es würde ja wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie ein Häuschen und ich will das mal meinen Kindern überlassen, kenne ich wenige, die dann einfach sagen, ja, ich rock das runter und dann können die, seht mal zu, wie er klarkommt. Sondern da versucht man das ja auch zu erhalten, damit die Kinder am Ende auch noch was davon haben. Und ich finde, genau so eine Verantwortung haben wir als Politikerin. Wir sind nicht nur für uns verantwortlich, für unsere Generation, sondern wir sind auch für unsere Kinder und Kindeskinder verantwortlich und können nicht einfach unsere Probleme denen rübergeben und sagen, ja, wir haben schöne schwarze Nullen geschrieben, wir haben gute Haushaltsführung gemacht, viel Spaß bei der Verrichtung. Also das, finde ich, ist nicht mein Ansatz von generationengerechter Politik am Ende. Ein weiteres Thema, das Sie benannt haben, war wehrhafte Demokratie. Was muss man sich darunter vorstellen? Naja, unsere Demokratie ist eine wehrhafte Demokratie. Das heißt also, wir haben bestimmte Mechanismen in unserem Grundgesetz, in unseren rechtlichen Regelungen, die Demokratie vor ihren Feinden schützt, auch aus dem Inneren heraus. Dazu gehört in der Ultima Ratio beispielsweise Parteienverbot oder Vereinsverbote. Dazu gehört es aber eben auch, dass bestimmte Strukturen darauf vorbereitet sind, dass Feindinnen und Feinde der Demokratie versuchen, bestimmte Strukturen zu zerstören. Mir geht es da vor allen Dingen auch viel um die Frage von dienstrechtlichen Geschichten, also wie geht man eigentlich mit extrem rechten Beamtinnen um? Wie kriegt man die im Ernstfall auch aus dem Dienst? Weil es ist ja verrückt, wenn Menschen, die eigentlich gegen den Staat arbeiten, selber irgendwie vom Staat bezahlt werden. Und es gibt natürlich auch andere Mechanismen, die wir sehr viel diskutiert haben, nämlich zum Beispiel die Wahl eines Landtagspräsidenten, einer Landtagspräsidenten oder die Besetzung der Parlamentarischen Kontrollkommission des Verfassungsschutzes. Und dann geht es natürlich weiter bis hin in die Frage, wie sind unsere Sicherheitsbehörden aufgestellt, um gegen extrem rechtsterroristische Netzwerke vorzugehen und dafür zu sorgen, dass die unsere Demokratie nicht zerstören können. Also es gibt da unterschiedliche Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen, die mehr oder weniger gut funktionieren. Die Kommunalaufsicht zum Beispiel gehört auch dazu, wenn es darum geht, einen extremen rechten Landrat zum Beispiel zu kontrollieren. Ja, bleiben wir mal bei dem Thema. Wenn Sie sagen, rechtsextrem, dann spielen Sie ja auch ein Stück weit auf die AfD an. Ja, dann meine ich die sogar sehr konkret. Ja, genau. Sind denn Staatsangestellte, die Mitglieder der AfD sind, automatisch feindlich dem Staat gegenübergestellt? Kann man das so pauschalisieren? Bei einer Partei, die als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, würde ich schon sagen, ja. Ja, das sind ja Menschen, die sich bewusst entscheiden, in einer Partei zu sein, der Björn Höcke vorsteht, der jetzt verurteilt wurde, weil er SA-Parolen benutzt, der regelmäßig sich rassistisch äußert, der beispielsweise ja auch gesagt hat, wir können in Deutschland gerne auf 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung verzichten, der von Grausamkeiten spricht bei der Frage von, auf wen können wir verzichten und immer wieder sich aus meiner Sicht rassistisch, aber auch tatsächlich faschistisch äußert. Das ist ein völkischer Nationalist und der hat eine klare Agenda und die Menschen, die sich in Thüringen entscheiden, in die AfD einzutreten, höre ich zumindest selten, dass sie dieser Agenda widersprechen. Es gibt ja ein bisschen Stress innerhalb der AfD, aber ob das mit den Inhalten zu tun hat, habe ich mal so meine Fragezeichen. Er scheint ja auch sehr autoritär durchzuregieren, das widerspricht aus meiner Sicht auch dem Ansinnen einer demokratischen Partei, wenn sozusagen von oben alles bestimmt wird. Parteien sind demokratische Institutionen. Klar gibt es da natürlich auch gewisse Hierarchien, aber trotzdem gilt, wenn vor Ort eine Einheit einer Partei, also ein Kreisverband, ein Ortsverband, eine Wahl getroffen hat, dann hat es auch einen Landesvorsitzenden zu respektieren. Ich habe da also, was die Demokratiefähigkeit der AfD, die AfD in Thüringen angeht, nicht nur Fragezeichen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die AfD in Thüringen keine demokratische Partei ist und ihr Vorsitzender kein Demokrat, sondern ein Faschist ist. Und wer in diese Partei eintritt, entscheidet sich auch bewusst dafür, diese Politik zu unterstützen. Und da habe ich dann Fragen, ob der gleichzeitig für einen demokratischen Rechtsstaat arbeiten kann. Ich würde sagen, das geht nicht. Ist die Demokratie in Thüringen nicht wehrhaft genug in dieser Hinsicht? Ich glaube, dass wir natürlich Praxisprobleme haben. Es gibt Dinge, die waren in den letzten Jahrzehnten kein Thema. Also die Frage von, was machen wir eigentlich, wenn eine faschistische Partei so groß wird wie die AfD? Wir hatten immer mal mit der NPD zu tun, aber die hat sich ja, ich sage mal, in Umfragewerten bewegt, die klein waren. Und auch das Grundgesetz hat auf diese große Bedrohung an der einen oder anderen Stelle nur unzureichende praxisbezogene Antworten. Also die NPD ist ja nicht verboten worden, weil sie nicht rechts genug war oder extrem rechts genug war, sondern weil sie zu klein war. So und jetzt stellen wir fest, gerade auch inhaltlich gibt es doch durchaus Überschneidungen. Also da unterscheidet sich das AfD-Programm und das, was die AfD-Mitglieder sagen, nicht so wahnsinnig von dem, was ich auch von NPD-Menschen in der Vergangenheit gehört habe. Jetzt sind die sehr groß und da fragt man sich natürlich, okay, wie geht man jetzt tatsächlich damit um? In der Frage von Kommunalaufsicht, was machen wir denn, wenn beispielsweise ein AfD-Landrat beschließt, bestimmte rechtsstaatliche Sachen nicht mehr umzusetzen? Also Bundesgesetze. Die Landkreisebene setzt ja auch teilweise einfach andere Gesetze um. Wie gehen wir damit um? Wer läuft dann los? Wer ist dann praktisch zuständig? Wer sagt, so geht es nicht? Wer zieht die Konsequenzen? Wir erleben das ja an vielen Stellen auch. Was machen wir, wenn eine AfD beispielsweise Teil der Parlamentarischen Kontrollkommission des Verfassungsschutzes sein möchte, gleichzeitig aber vom Verfassungsschutz kontrolliert wird? Also können die, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, den Verfassungsschutz kontrollieren? Also das sind alles so Fragen, die wir, glaube ich, gut besprechen müssen und wo wir bestimmte Sachen daraus ableiten müssen für unsere eigene Verfassung, aber auch für unser eigenes Handeln innerhalb der Verwaltungen. Der Verfassungsblock hat ja da auch ein Projekt gestartet und hat auch sehr konkret gesagt, an den und den Stellen müsst ihr nachsteuern, wenn ihr sozusagen Demokratie wehrhafter und fester machen wollt gegen diejenigen, die bestimmte Sachen abschaffen wollen. Und zuletzt hat ja beispielsweise Höcke oder auch die AfD damit gedroht, die Justiz sozusagen anzugreifen. Und das wissen wir aus anderen Ländern, wo extrem rechte Parteien an der Macht waren. Die Justiz ist eins der ersten, Medien und Justiz sind eins der ersten Dinge, die sie angreifen und die sie aushöhlen. Und auch da müssen wir gucken, ist das alles sicher genug? Ist die Unabhängigkeit der Justiz so weit abgesichert, dass wir in der Lage sind, das auch zu verteidigen? Und da gibt es Dinge, wo wir nachbessern müssen, definitiv. Ein weiterer Punkt, den Sie genannt haben, ist Tierwohl. Das Tierwohl, nicht nur im industriellen Bereich oder im Bereich der Produktion von Erzeugnissen, sondern auch im privaten Bereich. Was kann, was will Bündnis 90 die Grünen da eventuell ändern? Also im privaten Bereich reden wir ja vor allen Dingen auch von dem Schutz von Haustieren. Ich glaube, wir haben, wir sehen das ja überall vor Ort, die Tierheime sind voll. Das wird teilweise ehrenamtlich organisiert. Also wir möchten auch da mehr Verantwortung übernehmen als Land. Wir haben da in der Vergangenheit auch geguckt, dass die Tierheime mehr Unterstützung bekommen. Aber ich glaube, da braucht es tatsächlich noch einen größeren Aufwand, um die Tierheime vor Ort tatsächlich auch auf gute Füße zu stellen. Die ehrenamtlichen Mitglieder dort leisten da wirklich eine krasse Arbeit. Aber die meisten Tierheime leben ja noch sehr überwiegend auch von Spenden. Das ist gut, aber das hilft, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle dann auch nichts mehr, wenn die Leute ausgebrannt sind. Also da braucht es mehr Unterstützung. Wir brauchen mehr Aufklärung. Was heißt es eigentlich, ein Haustier sich anzuschaffen? Wir hatten während Corona viele Leute, die sich Haustiere angeschafft haben. Und dann haben sie festgestellt, nach Corona, sie haben gar keine Zeit dafür. Ich bin eine große Freundin davon, stärker darüber zu reden, dass Menschen auch befähigt werden müssen, ein Haustier zu haben. Beispielsweise bei der Hundehaltung. Aber das gilt auch für die Katzenhaltung. Ich erlebe das immer, wenn ich mit Tierärztinnen und Tierärzten im Gespräch bin, was Leute für komische Dinge mit ihren Tieren tun. Und das ist natürlich auch Teil des Tierschutzes, dass Menschen wissen, wie Tiere auch tatsächlich zu pflegen und zu hegen sind. Und dass das auch Geld kostet. Ich glaube, viele Menschen wissen auch nicht, wie viel Geld es kostet, ein Haustier zu halten. Also wir brauchen da auch mehr Aufklärung und müssen tatsächlich auch dafür sorgen, dass beispielsweise Katzen, wir haben die Katzenkastrationsverordnung in Thüringen, ein schwieriges Wort, dass aber zum Beispiel wild lebende Hauskatzen beispielsweise sich nicht unkontrolliert weiter vermehren können und wir noch mehr Tierleid dadurch erzeugen. Aber zum Beispiel die Taubenhilfe hier in den Städten ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von Tierschutz, dass es Menschen gibt, die sich hier auch teilweise ehrenamtlich um diese Tauben kümmern, verletzte Tauben aufsammeln, dafür sorgen, dass auch da die Vermehrung ein bisschen eingedämmt wird, auch gegen Vorurteile arbeiten. Tauben werden ja immer als die Ratten der Lüfte bezeichnet, was ja so auch gar nicht stimmt. Und dementsprechend hat das sehr, sehr viele Aspekte bis hin zum Wildtierschutz. Die Wildkatzen, denen wir wieder Korridore geschaffen haben, damit sie zusammenhängend leben können. Der Luchs, der teilweise wieder in Thüringen ja hier und da gesichtet wird, aber auch der Wolf gehört natürlich dazu. Und dann auf der anderen Seite der Schutz der Nutztiere mit der sogenannten Schaf-Ziegen-Prämie. Also da ist viel passiert, da ist aber noch viel Luft nach oben. Tierschutz ist sehr, sehr breit und ist nicht nur an der Frage von der industriellen Haltung oder der Nutztiere festzumachen. Was sollte man denn ändern? Wo kann man optimieren? Jetzt bei den Nutztieren oder? Generell, in beiden Bereichen. Naja, ich glaube tatsächlich, der Wildtierschutz hängt natürlich sehr stark daran, dass wir den Tieren den Platz lassen. Wir sind ja als Menschen auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass wir bei der Biodiversität zu der ja Tierarten auch gehören von Insekten bis hin zu Säugetieren eine massive Dezimierung der Bestände haben. Das heißt, wir müssen also noch stärker dafür sorgen, dass es auch unberührte Bereiche in der Natur gibt, wo Tiere überhaupt die Chance haben, in Ruhe Tiere sein zu können. Das gilt sowohl für die Frage von Renaturierung, also wo können wir tatsächlich auch dafür sorgen, dass Tiere wieder mehr Platz bekommen. Wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, wie weit dringen wir in die Natur weiter vor und das sind natürlich sehr große Räder, die wir da drehen müssen. Aber ich finde gerade, die Wildkatze zeigt ja sehr gut, dass es möglich ist, zusammenhängende Lebensräume für bestimmte Tierarten wieder zu schaffen. Da geht es sehr viel darum, gut zu überlegen, müssen wir auf der grünen Wiese die nächsten Häuser aufstellen. Flächenversiegelung spielt da eine große Rolle. Bei den Nutztieren geht es aus meiner Sicht natürlich auch um die Frage, wie viel Fleisch konsumieren wir, wie viele Milchprodukte konsumieren wir und können wir diese Tierhaltung anders gestalten. Da gibt es ja auch immer wieder Initiativen dazu. Da hat sich auch viel verändert und verbessert. Nichtsdestotrotz haben wir an vielen Stellen noch eine Massentierhaltung, von der wir als Grüne gerne wegkommen würden, aber gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern. Das ist das Wichtige. Bäuerinnen und Bauern müssen von ihrer Arbeit leben können und gleichzeitig müssen wir es schaffen, an diesen Stellen den Tierschutz, den Raum für die Tiere, die Art der Haltung zu verändern. Das ist eine Aufgabe, die wir aber nicht nur aus Thüringen heraus stemmen müssen. Das ist auch eine Frage, die natürlich im europäischen Kontext mit der Agrarpolitik eine große Rolle spielt. Dann sind nicht alle Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, für die die Grünen natürlich stehen, auch Werben, Mainstream-Themen, wie wollen Sie denn die Wähler überzeugen? Ich meine, was bringt Sie zu dem Optimismus, dass das Themen sind, bei denen Sie sagen, das trifft auch unsere Kanzelgruppe, die wir einfach erreichen müssen? Ich glaube, unsere Wählerinnen und Wähler sind diejenigen, die sehr gut wissen, auf welche Lebensgrundlagen wir brauchen als Menschen. Bei allem, was ich sage, geht es mir natürlich darum, dass es Tieren gut geht und mir geht es natürlich darum, dass wir eine intakte Umwelt haben. Aber warum machen wir das? Wir machen das, damit wir Menschen gut leben können. Das ist ja das, worum es am Ende maßgeblich geht. Die Natur braucht uns im Ernstfall nicht. Wenn wir nicht mehr da sind als Menschen, dann kommt die Natur auch ohne uns klar. Wir brauchen die Natur. Wir brauchen eine saubere Umwelt. Wir brauchen sozusagen Temperaturen, bei denen wir noch das Haus verlassen können, ohne dass wir sozusagen einen Hitzeschlag bekommen. Und wir schützen uns natürlich mit Klimaschutz auch vor Hochwasserereignissen oder Dürre. Das heißt, bei allem, was ich sage, geht es mir darum, dass wir Menschen ein gutes Leben haben, dass möglichst alle Menschen ein gutes Leben haben können. Und wir erleben ja, dass gerade die Belastung durch die Klimakrise, das trifft ja nicht die, die ein gutes Auskommen haben, die reichen Menschen, sondern es trifft natürlich auch in besonderem Maße Menschen mit wenig Einkommen. Und wir haben in Thüringen viele Menschen, die eben nicht so ein hohes Einkommen haben. Und mein Ziel ist es, dass wir auch mit der Bekämpfung der Klimakrise, mit dem Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, für Menschen ein gutes Leben organisieren. Das ist der Kern unserer Politik. Und ich finde, das verstehen, glaube ich, die meisten Menschen ziemlich gut. Dann sind Thüringen in den vergangenen Jahren durch unklare Mehrheitsverhältnisse immer gekennzeichnet gewesen. Das Ergebnis war ja eine Minderheitsregierung. Und auch die neuen Umfragen zeigen, ob mit Grünen im Landtag oder ohne, nicht falsch verstehen, dass es schwer wird, zu neuen Mehrheiten zu kommen. Was immer die Frage ergibt, welche Koalitionen wären eventuell möglich? Was schließen denn die Grünen aus? Zum Beispiel in einer Koalition, der Bündnis Sarah Wagenknecht dabei wäre, wären die Grünen da prinzipiell schon dabei zu sagen, no, das ist nicht unser Weg? Oder was sagen Sie vor dem Wahlen? Oder sagen Sie, das entscheiden wir nach dem Wahlen? Wie sieht es da aus? Also, ich habe das schon vor einem Jahr relativ deutlich gesagt. Thüringen ist eines der schwierigen Bundesländer, insbesondere bei der Koalitionsbildung. Und deswegen mache ich keine Ausschließeritis, wie das beispielsweise die FDP macht. Sondern ich sage, ich rede mit allen Demokratinnen und Demokraten. Was ich ausschließe, ist mit einer extrem rechten Partei wie der AfD in irgendeiner Art und Weise zusammenzuarbeiten. Das ist klar, das ist aber jetzt auch nicht überraschend. Und diese Position vertreten wir schon seit vielen Jahren. Das Bündnis Sarah Wagenknecht muss aus meiner Sicht erst mal noch beweisen, wo sie eigentlich genau stehen. Ich kenne Katja Wolf seit vielen Jahren als Spitzenkandidatin. Ich komme mit ihr gut zurecht. Ich frage mich nur manchmal, ist sie eigentlich wirklich die Spitzenkandidatin des Bündnisses Sarah Wagenknecht in Thüringen oder ist das eigentlich Sarah Wagenknecht selber? Und für mich stellt sich die Frage, ist das BSW in Thüringen Katja Wolf oder Sarah Wagenknecht? Mit Sarah Wagenknecht hätte ich an vielen Stellen meine Probleme. Ich halte Sarah Wagenknecht für eine Populistin, die auch durchaus gerne mal als Russlandversteherin und Propagandistin des Kremls auftritt. Damit habe ich doch erhebliche Schwierigkeiten. Sie vertritt auch Positionen im Migrationsbereich, im migrationspolitischen Bereich, aber auch im gesellschaftspolitischen Fragen, die ich höchst problematisch finde. Das alles kann ich aber mit diesem erst seit wenigen Wochen existierenden Bündnis Sarah Wagenknecht kann ich schwer sagen. Am Ende stellt sich die Frage, wer steht am 1. September auf der Tanzfläche und ist in der Lage, das zu absolvieren und hat auch die Inhalte. Am Ende müssen wir darüber reden, worauf kann man sich verständigen. Ich habe aber mit BSW insofern meine Probleme, dass ich nicht glaube, dass so eine sehr neue gegründete Partei, die kein Grundsatzprogramm hat so richtig, ich habe das Wahlprogramm gelesen und denke mir so, was wollt ihr denn da jetzt? Immer wenn sie nicht weiter wissen wollen, sie eine Expertenkommission gründen. Da hat man am Ende dann 20 Expertenkommissionen. Da stellt sich für mich die Frage, sind die überhaupt regierungsfähig? Sind die in der Lage, auch in einer Mehrheitsregierung, für eine stabile Regierung tatsächlich die Verantwortung zu übernehmen? Und das sehe ich momentan nicht. Die haben da 1.000 Mitgliedsanträge offen. Da hat eine Handvoll Menschen über eine Landesliste entschieden. Das ist eben alles sehr, sehr fragil aus meiner Perspektive. Deswegen ist es eben sehr wichtig, dass Parteien wie wir, Bündnis 90, die Grünen im Thüringer Landtag sitzen, um im Ernstfall eben genau auch das Zünglein an der Waage für eine Mehrheitsregierungsbildung zu sein. Aber es gibt rote Linien. Es gibt rote Linien für mich im Bildungsbereich. Wer das inklusive Schulsystem infrage stellt oder da sozusagen Sachen zurückdrehen will, da wird es schwer. Wer keine zielgerichtete Migrationspolitik, die eben keine Abschottungspolitik ist, umsetzen will, da wird es schwer. Bei Fragen von, drehen wir die Fragen des Klimaschutzes zurück, das wird schwer für mich, da tatsächlich Ja zu sagen. Deswegen mache ich das an inhaltlichen Fragen fest und hoffe einfach, dass alle die Zeichen der Zeit erkannt haben und wir am 2. September dann zu sinnvollen, inhaltlichen Gesprächen kommen können. Zwei Fragen haben wir noch. Nämlich die eine Frage ist, was glauben Sie, wie groß ist der Anfluss von Spitzenkandidaten auf einem Wahlkampf? Das kommt, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an. Natürlich kann man mit Personen, es wird ja immer personalisierter in den letzten Jahren, was die Wahlkämpfe angeht. Wir sehen das in den USA, da ist das ganz massiv so und das schwappt natürlich auch zu uns rüber. Und Parteien haben immer das Gefühl, sie müssen jetzt noch mehr auf ihre Kandidatinnen und Kandidaten zuspitzen. Natürlich kann das vertrauensbildend sein, wenn man Personen dort stehen hat, wo die Leute auch sagen, okay, damit kann ich mich identifizieren. Also vielleicht können sich Leute damit mit mir als Frau auch identifizieren oder als Ostdeutsche. Ich bin in Thüringen geboren und aufgewachsen. Das kann hilfreich sein, sicherlich. Aber ich glaube, es ist nicht nur ausschlaggebend. Außer man hat natürlich schon viele Jahre auch vielleicht in verantwortungsvoller Position bewiesen, dass man bestimmte Dinge auch für die Leute gut voranbringen kann. Genau, das ist schwierig. Eine Sache, die wir noch haben, das wäre wichtig. Hier ist eine Kamera, Frau Hümpfling. Und am Ende unserer Programminterviews bitten wir die Spitzenkandidaten doch mal direkt reinzusprechen zum Zuschauer und Wähler, zu den Zuschauern und Wählern. Und Ihr Ding, machen Sie es, bitte schön. Ja, also mein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen ist, wir Bündnis 90 Die Grünen sorgen dafür, dass wir einen guten Klimaschutz machen, dass wir unsere Demokratie schützen, dass wir mit einer Energie- und Verkehrswende tatsächlich für mehr Gerechtigkeit in Thüringen sorgen. Thüringen ist nicht einfach, das muss ich, glaube ich, niemandem erklären. Aber das ist umso wichtiger, dass Bündnis 90 Die Grünen im Thüringer Landtag sitzt. Einerseits, weil wir damit der AfD Macht nehmen und andererseits, weil die Themen, die wir vertreten, keine andere Partei so konsequent auch umsetzt. Und ich biete allen an, gerne mit uns ins Gespräch zu kommen. Sie können sich bei uns melden, wenn Sie Fragen haben. Wir sind relativ einfach erreichbar und freuen uns über alle Gespräche und alle Fragen, die Sie an uns haben. Gehen Sie aber auf jeden Fall am 1. September wählen. Wählen Sie demokratisch. Und wenn Sie sich nicht für uns entscheiden können, wählen Sie aber wenigstens eine progressive Partei in Thüringen. Oh, das war Frau Helmsling, Spitzenkandidatin für Bündnis 90 Die Grünen bei der Thüringer Landtagswahl. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Gehen Sie wählen. Vielen Dank, vielen Dank. Wir bleiben im Gespräch. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017